Langelland ist ja ja gerade habe ich eine Aufnahme von Super ja Blablabla doch die Fresse, gerade habe ich eine Aufnahme von Super Mario Bros. Wii gemacht, von New Super Mario Bros. Hab ein paar Sachen sogar gezeigt und siehe da die Aufnahme war mal wieder, wie kann es auch anders sein, komplett umsonst aufgenommen Was ist denn jetzt los? Also ja, der Nunchak fehlt äh, einen Moment, die liegen ja hier kriegt gleich seinen Nunchak hier rein das dann überhaupt ohne Nunchak weiter geht, das ist ja schon mal dreist aber nun gut jetzt macht er auch was, Datenladen, naja, mach mal hin ich hab doch auch nicht die ganzen Tag Zeit reicht ja schon, dass die Aufnahme von Super Mario eben weg war ja, herrlich weiter geht's mit Maria, noch nicht mit Simon oh mein Gott ich spiel mir lieber mit diesen Klamotten hier Berlmonte, du mitschelst ja ja, recht hast du, auch wenn ich weiß, was du gesagt hast der verschwundene Vampirjäger des Belmond-Clans geben langsam eine heilige Peitsche namens Vampirkiller weiter damit jede neue Generation sie im Kampf gegen die Winzernis einsetzen kann der verschwundene eines Nachts begab sich der Erbe des Dynasties Heim in Belmond in einen dunklen Wald nach dem Triumph, der einmal sagt er, Jakob, einen der Letzten ergebenen des Vampires doch plötzlich geschah vor allem in seinen Augen etwas sehr seltsames naja, zu nun muss er den, ich muss das Zeug mal selber lesen, wenn's irgendwie geht, keine Ahnung wir haben Das ist die Wahrheit. Willkommen zum Zeitpunkt. Zeitpunkt? Was ist das überhaupt nicht so? Hier gibt es ein neues Leben. Aber wir müssen uns überlegen, aber... Das ist sicher, dass dieses Ort nicht normal ist. Ich glaube, dass ich das nicht so bin. Nein, mein Name ist Ion. Wir beginnen mit den ersten Spuren. Das ist die Kraft des Belmonts! K.O. Besiegt! Das ist die Kraft des Vampire-Killers! Das ist die Kraft der魂! Ihr seid doch noch die Kraft des Bluminos! Dann haben wir die Alternativen gesichert werden. Wärme die Alternativen darüber nachdenken. Die Start-Wand ist am besten in den großen Winkel zu entwickeln! Sie kriegen einen riesigen Beispiel! Ich bin in den kleinen Aufbauern, das macht Dinkant, mit den Topen, 3 3 3 3 3 3 4 klar er hat ihn ihre spezielle Tag an den mann auch durch das Lärft mich schon das sind aber egal man geht auch in der Hand aber er ist schwächer sein was er will er mir damit sagen gut zu wissen Wurzeln Menschen was anderes in der Hand drückt, denn das ist ein Loser. Ha, ha. Ich weiß zwar nicht, sondern ich fühle mich viel über ihn, aber schaß ihn trotzdem irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin voll unsympathisch, der Kerl. Da macht es richtig doppelt so viel Spaß zuzuschlagen. Ha, ha. Ha, ha. 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 Na also. Und dann sagen wir, dass es mehr speziell hat, dass es gar nicht möglich ist, aber sieben wenigstens auf jeden Fall. ha. 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 Ja, er hat unnützisch mehr als erleden lassen. Das freut mich. Und dann. Spieler unnötig auf die Fresse bekommen Was? um ob das ich nicht wie beim letzten mal da k k k e scheibenkleister er hat sie nicht oder auch nicht zudem Annobergelehrer gut geschafft München schnapp ist nur ein bisschen eingestaubt zu finden er will auch lange nicht mehr benutzt 9 Nein, Reverend, Revenant! Nein! Err, Colonel! Nicht Revenant, ich weiß nicht, ob Revenant kommt. Wetter! ... Na also, wir sieben! Normalerweise können eine der stärksten Gegner die man kriegen, also so bis zu. ... ... Wenn der einmal zum Zug kommt, dann schritte an sich, dann schritte an ... ... gesehen sagt sie ja schon beim letzten Mal aber wir werden auf jeden Fall sehen denn dieses Mal ich habe komplett ich bin durchspielen sie setzt er weiß und es ist nicht von der Bibliothek ausgeliehen der Montag neid Spezialkampf in der Mende die Minute auch so der Diener dann noch keine Ahnung Simon sagt das das ist ein wenig an Kraft hat macht er mit seiner Schnelligkeit das sind dann wieder weg was sehr cool ist da hat er den Eisengladiator das war das andere wie es gab im Jahr und noch ein anderer wir haben uns jetzt schon auf dem Freuen mit ihm durchzuspielen mit ihm das war das letzte das war das letzte Mal geschafft das wir haben ihn und wir haben ihn ja die Schilder zu erledigt die Dauer werden aus demnächst besten Swinger Club oder so ein Sprung wäre wenn man mal sagen nur auf der Wartung Wanderer und 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 Ich sehe jetzt erst, dass er so eine Art Narbe am Hals hat. So überstreichende Theorie mit dem Swingercrick immer mehr. Nein, nicht ich raus! Verdammt! Ja, ist gut, der Kerl! Egal! Einmal ist keinmal. Ich muss halt vorsichtiger kämpfen. Hey, auf Distanz ist Grant ganz eindeutig der Sieger. Äh, nicht auf Distanz, auf Nahkampf ist er der Sieger. Auf Distanz bin ich es wiederum, weil er nicht so weit angreifen kann eigentlich. Na also! Wir müssen aber nicht spezielle Attrakte einsetzen. Es könnte die Sache am Ende drehen vielleicht. Er wird zwar davon jetzt nicht sterben, aber er wird zumindest eine Menge Energie verlieren bei der Aktion. Das ist der gut wenn es ging in Fährer Kampfft der weniger wichtigste Schäfstüchern also die Vergegnung ist noch nicht mehr durch die Städte nicht mehr durch die Städte die Verlörte als durch den Gegner die letzte Mal nur mal Pfeiffer war Nr da haben sie gesagt hat verschwendet da in das Wort mir hat schon jetzt gar keine Chance mehr m ich habe mich nicht zu erledigen wer hat auch die Fresse Grendes Nervt Ready? Jetzt definitiv, das war's. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ja. Hütte ich nicht meinen Tag zum Let's Playen, ehrlich gesagt. Ready? Na also. Na also. Ist schon mal ein guter Anfang. Na also. Na also. Ja. 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 da nicht jetzt hat er mich und schieß ja das wird zu offen Hohen lokal. Er hat gesagt, wo ist Platz für mich? Du nachts wo? Versuch mal unter der Couch, was passt da drunter Arschloch! Na also! Ich muss ihn direkt schlagen, nachdem er aufsteht, das kann er nicht leiden. das kommt absolut nicht klar das ist auch ein bisschen aus als wenn aus dem Swingerclub entlaufen wäre der Kerl der Golem jetzt bringen wir es nur noch über die Zeit ein ist nur stark sich richtig im Kampf orientieren ist auch wichtig das ist ein Mann 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 das war ganz schön früh gestorben sein der die ich meine die Verstehen wenn dies nicht versteht dann sagt ich euch das schon früher oder später mal ja 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 Ach, verdammt! Ach, verdammt! Boah, jetzt hat er mich! Ja, wow, ich meine, Abwehr durchkommt, kein Wunder! Egal! Ja, wow! Ach, verdammt! Ja, das ist eine Lieber, die ich! Ja, das ist ein Lieber, das ist ein Lieber! Ja, das ist ein Lieber! ja da war also jetzt kriegt man was durch die spezielle Attacke in die Fresse wir hätten das ja jetzt mal gereicht wir müssen sich gleich männlich töten aber auch nicht ja wow jetzt hat er auch noch eine Uhr ich glaub's ja nicht gut jetzt hat er sie nicht mehr sehr schön ja 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 ich hab ihn besiegt weil sie schon gleich kommt auch Dracula vor allem ist die Gegner Dracula sein verdammt und Dracula wird schwer das war doch nicht so schwach wie wir mal dachten so wie ich mal dachte zumindest seit heute ach doch nicht das war schon der Endgegner ja 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 das war das nicht und oder ja 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 einfach mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss und bis zum nächsten Part von Castlevania Judgment für die äh Nintendo Wii